Ich habe schon ewig kein Englisch mehr geredet. Ne, ich auch nicht. Sie können unverantwortlich sein, dass Sie sich für Hostilität prüfen. Zurück, wenn Sie die Informationen haben, die wir brauchen. Okay, wir sollen jetzt ins Brückenviertel gehen. Also da vorn hin. Ja, das können wir da machen, das ist ja ein Gasthaus. Ja, wo bin ich? Dann lass uns erst mal wieder rausgehen und dann guck ich mal, ob hier noch was anderes steht. Gibt nur einen Eingang. Ne, gibt mehrere. Geh mal wieder hoch, oder? Ja, wir haben ihn informiert und sollen jetzt ins Brückenviertel gehen. Und sollen da die zwei hier, J-Los und Kahn treffen, die den Gegnern sich anschließen wollen. Und dann hoffen wir, das bringt uns unsere Endquest näher. Der Minsk ist voll der Raser, ey. Was, wenn ich mit der Jaira, mit der alten Klacken, Dame, oder wir gehen mal die Hafner besuchen. Meinst du? Ja, sonst kriegt er so viel EP weniger. Das war jetzt auch doof. So hat sie 30.000 Erfahrungen zu wenig. Ja, die kann eh nix. Ja, lass erst mal zu den Hafnern gehen. Das ist ein guter Plan. Aber lass draußen erst mal pennen, dass ich hier meinen Sleepy Hollow weg habe. Ja. Mhm. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Der Minsk ist so aufs Beat, hey. Du bist so... Allein dafür hat sich's Deutsch... Genau, und schreibt mal noch, ob ihr diesen Deutsch-Englisch-Mischmasch, ob ihr das ertragen könnt, oder ob ich's lieber ganz auf Englisch umstellen soll. Ja, ja, schon recht. In the name of the blah blah blah, Mama. Boah. Wir haben doch kein Geld, wir können doch nirgends pennen. Geht auch. Wir haben ziemlich viel Geld. Psst. Okay. Okay, gehen wir nochmal zu den Hafnern, die waren links unten. Glaub ich. Oh. Die Skalbarii ist Tate hier. Okay, ich erklär euch mal, glaube ich, das, was ich glaube, was das hier rechts ist. Also das ist die Rüstungsklasse, minus drei ist da gut. Lebenspunkte. Das hier ist Taco. Keine Ahnung, was das genau übersetzt heißt. Das ist quasi... Hast du gerade Taco gesagt? Wie oft ihr angreifen könnt. Da wird quasi gewürfelt, und ich glaube, das wird abgezogen hinzu. Addiert, wie auch immer. Und es ist der Schaden, der möglich ist. Ja, ich habe Taco gesagt. Das ist eine Truhe. Das ist eine Truhe. Wir haben das doch schon alles gelootet. Ach, verdammt. Aber du kannst gerne reingucken. Habe ich schon. Dein Gnom ist auch so ein bisschen... Hat kurze Beine oder so, der kommt nicht ganz mit. Ja, ja. Voll der Noob, ey. Voll der Gnom einfach. Ja, so wie du. Sollen wir davor mal das speichern? Ach so. Zu spät. Oh. Und deswegen. Das ist ein Problem. Nee, ist easy. Ja, aber... Ah, wir haben ja Lira nicht. Ja, Lui. Läuft. Geh auf den rechten, also rechten zuerst. Der hintere sieht nach Magier aus für mich. Dann geh auf den zuerst. Alles klar. Würde ich auch so vorschlagen. Was ist denn, was war ich? Oh Gott. Ah. Mag der Minsk auch was machen? Warum machen denn die nix? Ich klicke doch. What the fuck? Ich bin für den anderen Typ auch nicht. Treib's mal an, du Affe. Oh mein Gott, weißt du warum? Oh mein Gott. Darf ich gar nicht sagen, was gerade passiert ist. Was? Darfst du mal raten, was passiert ist. Was? Mit was hab ich wohl geklickt? Mit rechts oder mit links? Ach Gott, oh je. Natürlich. Ja, das kommt von dem scheiß LOL, Mann. Komm, ich pausier mal kurz. Ich möchte hier. Oh je. Ach komm, wir brauchen keine harten Zaubergegendwins. Easy. So. Diese dynamischen Kämpfe ist auch. Ja, gigantisch, ne? So, jetzt kann man die Looten gehen, ohne rumzulaufen. Das ist voll super. Hier, da war ein Teiltrank. Ja. Ja, das ist mal eine sinnvolle Änderung. Aber ich kann da gerade nur Gold aufnehmen, ohne. Wir haben ja zu viel Scheiß dabei. Hm. Ja, aber ich glaube, man muss doch ein bisschen rumlaufen zum Looten. Aber du kannst hier halt alle, hast hier alle versammelt in einem Invent, äh, in einem Menü. Komm, wir rapen die jetzt hier. Und die rapen. Ja, klar. Komm mal kurz. Ich suche mal nach Fallen. Ich suche gerade eben noch. Hafner sind so voll die Fallen. Fans, gell? Ach, dann laufen die da hin quasi. Jetzt verstehe ich das. Die deckt den Traps. Ja. Lass mal einfach knallhart im Stockwerk hochgehen. Bist du dabei? Wollen wir nicht hier erstmal alles durchsuchen? Oder waren wir hier schon? Wir waren hier, glaube ich, schon, oder? Ich gucke mal kurz. Dann habe ich irgendwas gedruckt. Ja. Warte mal kurz. Ich gucke mal hier oben in den Zimmerchen um. Jetzt habe ich das Lösungsbuch nicht hier, ne? Falls wir irgendwelche Probleme haben, dann ist es fail. Aber gut. Ach, wir werden keine Probleme haben, Tobi. Ah, wo geht's denn daheim? Das Problem wird unser Englisch sein. Ich glaube, wir haben hier schon gelootet. Sieht relativ leer aus. Gut. Dann habe ich hier die ganze Arbeit geleistet. Sagst du? Hast du. Dann gehen wir die Klappe hoch. Der speichert ja eh immer beim Gebietswechsel, oder? Ich glaube, ich speichert es trotzdem mal kurz. Ja, okay. Du bist so eine Pussy, ey. Auch da kommt gar kein so'n geiler Bildschirm mehr. Voll gut. Ja, aber sonst, wie gesagt, in der Grafik hat sie eigentlich wie so'n viel getan. Sieht genauso kacke aus wie davor. Moment. Ja, ich geh schon mal hoch. Was macht ihr da? Ich hab sie gefunden. Warum seid ihr hier? Ihr Troubles sind meine Troubles, Jaira, und du wirst jetzt nicht face them alone. Helga Emelium, du magnifisent Bastard. Ich werde dich töten, wenn ich mich nicht so'n glatt zu sehen. Hier, ich bin nicht so'n glatt. Ich dachte, du wolltest das. Ich wollte das mit den Hörpnissen. Aber diese sind nicht sie. Ich denke, Revenge ist mehr ein Factor hier. True Harpers haben hier abandone dieses garrige Ort. Moment. Good night. Na, danke. Notice the lack of spectral harpists? They were here at that one time, and they would not leave their post unless it was no longer to be guarded. Then we are free of their meddling. We may still be hunted, I must ask Jeremy if I see him again. He told me to come here, so I need to know if his allegiance has changed or not. Those we kill in self-defense may look like harper's allies, allies, even if they are not. We have no choice and it will not feel guilty. Okay, let's go here. Watt, aufpassen. Then we will go together. Rejoin and walk with me. Hammer geil, wir haben sie wieder. Oh fuck. Anli, komm runter. On my way. Oh fuck. Oh, meinst du das ist ein Gegner? Was ist das der Magier, sagst du? Wir lösen das Problemchen mit einem Becherchen. Mit einem Tütchen? Oder einem Wölkchen? Du mit deinem Tütchen, ey. Darf ich deinen Feuerball reinjagen, sagst du? Ich hab hier irgendwie grad auf meinen Inventar, äh, auf meinen Charakter-Icon-Dingern die Waffen drauf, die sie haben. What the fuck? Vorsicht. Viele Zauber incoming. Ich muss mal den Quote-Volum da ein bisschen retten. Nein, Minz, du sollst draufbleiben, du Affe. Oh, da hinten ist noch eine, die müssen wir ganz kurz weg-snipen. Wir haben eh zu viel Heiltränke, also komm, stolz. Wir haben eh zu viel Heiltränke. Ich snipe jetzt hier mal ein paar Gegner weg. Ah, das, hast du das auch gesehen rechts? Der speichert im Prinzip, zeigt dir an, was das für ein Gegenstand du benutzt im nächsten Schritt. Das ist ja cool. Das ist voll gut. Hey, lass mal den da hier killen. Lass mal diesen Magi da unten. Ja, genau. Oh, Minz kann sich wieder nicht bewegen. Oh, Mann. Sag das doch gleich. Injured. Oh, Minz kann sich wieder bewegen. Na gut. Ich geh mal kurz den Magi da oben. Er ist fast tot, da oben. Ja, ja, den kill ich schnell. Play my attacker. Nein, das hat er noch überlebt. Ah, ich bin Level abgekommen. Muhahaha. Oh, Schurke. Roten, du willst du mal schießen? Okay, der obere Magier, der obere Magier. Ja, Moment. Okay, jetzt die untere Tose. Echt? Wo ist es? Wo ist es? Es ist Zeit für Tee, Mann. Ah, der fliegt. Ja, mal geil. Steig mal kurz ein bisschen auf. Der war, kannst du ja looten gehen, ne? Loot, loot. Ich glaube, wir haben eigentlich nicht viel Platz dafür. Level up. Boah, ich habe neue Skills bekommen. Jetzt kann ich voll geil mit was umgehen. Da waren nämlich Rüstungshandschuhe dabei oder so. Einen Trank und ein Steinchen. Ich mag Steinchen. So viele Steinchen. Okay, ich bin als Priester aufgestiegen. Loot, 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 loot. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Oh, nicht, dass wir Ärger mit der GEMA kriegen, Tobi. Wir müssen mal ganz ruhig sein. Wie meinst du, wir singen das so gut nach, dass es in YouTube gesperrt wird? Ja, dass YouTube automatisch erkannt wird. Das wird voll abgehend. Wir müssen ganz dringend verkaufen gehen, Andi. Wir müssen ganz dringend verkaufen gehen, Andi. So kann man Edelstein-Beutel ist voll. Wir müssen ganz dringend verkaufen gehen, Andi. Wir müssen ganz dringend verkaufen gehen, Andi. Andreas, wir müssen verkaufen gehen. Tschüss. 40 Gold, uh. Wir haben alle magische Scheiße, du boy. Hast du noch Platz irgendwo? Ja klar, hallo. Ich bin Andi G in der Haus. Ich nehme alle geilen Sachen mit. Nee, ich bin auch voll. Woher bist du oben drauf? Ja, wir sind ja eh gleich hier draußen. Ich nehme die Nadia, soll jetzt mal rumgehen. Das ist echt voll praktisch mit dieser Leiste da unten. Kann man alle geilen Sachen gleich mitnehmen. Haben wir schon gelootet? Das waren die alten, ne? Ja, ich habe jetzt alles. Dann, ähm. Alles sinnvolles, muss ich nicht kontrollieren. Ja, ich mache nur sinnvolles Zeug, nehme ich mit. Ja, dann lassen wir irgendwo hin verkaufen gehen vielleicht. Kann man auch hier irgendwo ins Handelsviertel kommen? Part of the Gold plus 2. Kann. Ich muss übrigens feststellen, die Nadia hat größere Brüste bekommen im Inventar. Entschuldigung, muss jetzt einfach sein. Was, Moment. Verarschen? Ja, guck dir das mal an. Timmt. So sei dir sicher nicht davor. Oh mein Gott, was für eine wichtige Änderung. Und die Jaira um. Ich muss mal kurz gucken, ob diese Quests jetzt hier abgeschlossen sind mit der Jaira. Kannst du bitte mal die Jaira entsprechend, also ob das auch, also ob das tendenziell, also ob das bei allen verändert wurde, ob das nur so. Ich glaube, das wurde bei allen verändert. Und die Sache ist die, ihr seht ja auch hier, die Symbole sind zum Teil anders, die sind zum Teil von Baldur's Gate 1 übernommen, was ich total bescheuert finde. Aber gut. Welche Symbole? Wo? Was waren? Von welchen Schilden und so. Die sehen jetzt anders aus als davor. Deswegen erkenne ich das Zeug jetzt teilweise nicht mehr auf den ersten Blick. Ich würde jetzt sagen, Waukens Promenade. Ja, das meinte ich mit Handelsviertel. Brückenviertel. Wir gehen oben links raus. Okay. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ja, je nachdem, wie wir heute Abend aufnehmen, kann es natürlich sein, dass es dann nach zwischen Weihnachten und Silvester oder so, oder eher nach Silvester wahrscheinlich, dass es wieder so eine Pause geben könnte. Ja, eben. Wir versuchen das so zu machen, dass wir jeden zweiten Tag so eine geile Folge kommen, dass es dann reicht, bis sie wieder da sind. Mit geilen Orangen. Oder Mandarinen. Ich habe auch drei geile Orangen in der Küche, aber dazu müssen Sie jetzt aufstehen, die holen. Es sind sogar Bio-Orangen. Hey, Apple. Hey, Apple Pie. Kannst du das machen? Hey, Apple. Du siehst frutig. Ach, du wirst die Fresse. Ich behalte mich aber kurz, bevor wir das Gebiet verlassen können. Es ist cool, dass man eine männliche Stimme hat beim Zaubern. Aber gut. Ja. Das finde ich auch gut. Äh. Waukens Promenade. War so wie Wookie. Wookie. Sag mal, ich den Drachen mal noch probieren. Den fetten. Das, welcher fehlt denn noch? Vierkrack fehlt noch. Ah, der rote Drache. Der fette Rote. Vielleicht schaffen wir den inzwischen. Den schwarzen haben wir gekillt. Den schwarzen, da hast du doch eine Rüstung. Da hast du die Rüstung an, du Blob. Blob, Blob. Weiß ich das noch? Tobi, du musst das alles wissen. Ich frage jetzt, ob wir das jetzt schaffen. Das ist noch nicht so lange her, dass wir das probiert haben. Ja, wir könnten das mit, haben wir noch Todeswolkenstäbe? Todeswolkenstäbe. Mit einer Ladung. Du hast keinen. Minsk hat keinen. Ja, hier. Weiß ich nicht. Also, wir könnten es vielleicht inzwischen schaffen, aber... Noch schon. Ja, dann lass mal lieber... Das lustige Kommen. Machen wir die Hauptquests noch ein bisschen weiter und dann... Ja, wenn wir... Ja gut, später schaffen wir den ja easy peasy peasy. Naja, gib mal her. Was kannst du so? Boah, das ist natürlich leidisch. Da hast du den Backup bei dir auch, dass du, wenn du in Unterhaltung beginnst, hast die den erst mal auf den einen prügeln. Habe ich nicht. Doch. Hier hat ihm gerade eine runtergezimmert auf jeden Fall. Ja, echt hat sie. Ja, echt, hey. Von deinen Leuten kann ich nichts verkaufen. Schade, schade Marmelade. Kann ich auch mit dem handeln gleichzeitig? Ich handel gleich mit dir, wenn du so weitermachst. Du bist nicht mit dem Dialog initiiert. Ich darfst du nicht mit dem reden? Nein. Oh, fail, warte mal ganz kurz. Options. Achso, kannst du... Achso, das ist eigentlich schon... Nein, 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 hier bin ich in mein Recht beraubend. Jetzt darfst du. Man kann in ganz herrühner Besten im Abenteuermarkt einkaufen. Doch wird man nicht wahrscheinlich... Ja, doch, die schlagen auch bei mir auf, Leute, ein. Ja, da wollte ich dir die Rechte einfach nicht geben. So, ähm, das habe ich nicht alles für eine Scheiße. Ja, den Rookstorm müssen wir behalten, weil den brauchen wir nachher noch. An anderer Stelle... Ähm... Ein Abo-Beld. Breakers of Defense. Sieben. Brauchen wir die? Weiß ich gar nicht. Hast du da Bedarf irgendwie? Ich habe... Habe ich sogar zwei. Nee, dann nicht. Nee, dann nicht. Okay, gut. Für so verbessere Munition behalte ich mal noch. Außer vielleicht Pfeile, weil da haben wir... Leder A... Leder... Wo ist denn plus eins für den Arsch? Für den Arsch. Das Shadow Blade, das war ja voll gut, ne? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nie, was du hattest. Ich habe mir doch deine Let's Plays nie angeguckt. Hä? Meine Aufnahmen meinst du, oder wie? Ja, klar. Wee, so. Und das...